Das Weinbaugebiet Côte du Ventoux liegt im südlichen Abschnitt der Weinbauregion Rhône. In diesem Teilbereich der Rhône wird hauptsächlich die Rebsorte Grenache angebaut. Pierre Madieu produziert hier auch einen reinsortigen Grenache, und zwar aus der Einzellage La Clare Thierry. Ein Wein voller Frucht und natürlich der typischen Mineralität des Ventoux. Ein sehr saftiger und samzender Wein mit enormen Charme und viel rotbeeriger Frucht.